William Shakespeare Burton war ein englischer Genre und Historienmaler im viktorianischen Zeitalter. Sein bekanntestes Werk ist A Unit Cavalier, Leben. Burtons Großvater war ein Buchdrucker und sein Vater William Evans Burton ein Komödiant, der Erfolg in den Vereinigten Staaten hatte, nachdem er Frau und Sohn in London mit wenig Geld zurückgelassen hatte. Als Jugendlicher arbeitete Burton als Kopierer, der Kritiker Tom Taylor war sein Sponsor. Taylor verhalf Burton zu einer Anstellung bei der britischen Satire Zeitschrift Punsch. Dort schuf er Schriften für Illustrationen. Zu dieser Zeit war Burton am King's College London und an der Royal Academy School. Bei der letzteren gewann er 1852 eine Goldmedaille für ein Bild von Samson und der Leile. Obwohl krank und von persönlichen Schwierigkeiten geplagt, malte Burton bis in die 1880er Jahre weiter Bilder. Seine Frau Elisabeth Burton war die Autorin des Romans Rolling the Planets, The Unit Cavalier. Das Werk zeigt eine Szene des englischen Bürgerkriegs von 1642 bis 1649. Ein Königstreuer liegt verwundet am Boden. Die Klinge seines zerbrochenen Degens steckt in dem Baum neben ihm, während er das Heft noch in der Hand hält. Er wird von einem puritanischen Mädchen gestützt. Ihr Begleiter schaut nachdenklich auf beide herunter, eine Bibel in der Hand. Um dieses Werk zu malen, soll Burton ein Loch gegraben haben, um Gras und die Fahne aus der Nähe sehen zu können. Das Bild wurde an der Royal Academy 1856 gezeigt. The Unit Cavalier zeigt den Einfluss von John Ruskin und der Prä-Apher-Eliten-Bewegung der 1850er Jahre. Später widmete er sein Leben dem Malen religiöser Bilder. Später. Untertitelung. BR 2018